Das Team Liqui Molli Engstler Motorsport mit dem Piloten Luca Engstler auf dem Audi LMS, das Evolutionsfahrzeug der GT3-Version. Und wir sind gespannt, denn Luca Engstler ist der neue junge DTM Junior bei Audi. Er wird für Euphorie sorgen, denn er gehört zu den schnellsten Piloten Deutschlands. Das Team von Engstler Motorsport bereitet sich jetzt vor auf einen Boxenstopp, der ja ganz ganz wichtig ist in der DTM, denn hier können Sekunden gewonnen oder auch verloren gehen und jetzt sind wir gespannt. Das Team von Liqui Molli Engstler Motorsport, hier bei diesem Boxenstopp. Zwei Leute auf der linken Seite, zwei Leute auf der rechten Seite, einer der die Lanze betätigt und jetzt geht es schon wieder raus für den Luca auf die Rennstrecke. Ein sehr gut simulierter Boxenstopp bei Engstler Motorsport und hier geht es gleich los für den Luca auf die Rennstrecke und das Engstler Liqui Motorsport Team mit einem Auto hier mit dabei bei der DTM 2023. Ja, welch für eine spannende Saison für den jungen Luca Engstler, der heuer hier das erste Jahr mit dabei ist. 2 3 1 1 1 Bis zum nächsten Mal.